Ich bin Anne-Kathrin Laufmann, 38 Jahre alt. Ich arbeite beim SV Werder Bremen und bin dort als verantwortliche Direktorin für den Bereich Corporate Social Responsibility zuständig. Das bedeutet für das gesamtgesellschaftliche Engagement des Bundesligisten und ich bin dort seit 2007 im Unternehmen tätig. Ich habe in Bremen Sport- und Kulturwissenschaften studiert und habe dann dementsprechend von 2001 bis 2010 studiert, weil ich wie gesagt 2007 dann bereits in den Job einsteigen durfte. Ich habe ein Foto von mir mitgebracht aus 1997. Dort bin ich 18 Jahre alt. Ich bin noch zur Schule gegangen, zu dem Zeitpunkt habe mein Abitur gemacht und mich entschieden, eine Ausbildung nach meinem Abitur anzufangen. Und deswegen war das Thema Universität für mich noch ganz fern. Und dementsprechend hatte ich noch keine Berührungspunkte, sondern ich war ein bisschen neugierig auf das Leben nach der Schule. Ja, 2007 war ich bereits beim SV Werder Bremen tätig und zwar als Abteilungsleiterin für den Bereich Sozialmanagement. Und parallel war ich aber noch Studentin der Universität Bremen. Ich bin über ein Praktikum an diesen Job gekommen und dazu muss ich sagen, dankenswerterweise durch die Uni Bremen und zwar durch die Praktikustelle über Frau Gürges Dey, die damals mir diesen Aushang direkt in die Hand gedrückt hat, bevor sie ihn an das schwarze Brett geklemmt hat. Und ich habe mich dann auf diese Praktikustelle beim SV Werder Bremen beworben. Das hat dann auch geklappt. Und ja, jetzt stehe ich da, wo ich stehe. Und bin überaus dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe. Es war gar nicht so einfach, beides unter einen Hut zu bringen. Auf der einen Seite Fulltime-Job, auf der anderen Seite Studentin, Hausarbeiten schreiben, die Magisterarbeit vorbereiten, Prüfungen machen. Und da hat mich aber die Universität ganz grandios unterstützt, weil sie natürlich auch froh sind, wenn die Studenten dann auch ins Berufsleben einsteigen dürfen. Und rückblickend kann ich auch sagen, dass die Zeit an der Uni eine meiner schönsten Zeiten auf jeden Fall bis dato war. 2007, ja, da habe ich einfach erwartet, dass ich Karriere machen kann. Also mein Fokus war sehr stark einfach auf den beruflichen Erfolg ausgerichtet. Weniger auf Familie, Freunde, sondern Werder war. Mein Leben, ich habe dort wirklich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Und das war so eigentlich mein Fokus, was ich von der Zukunft in dem Jahr erwartet habe. Heute erwarte ich von der Zukunft, dass die Gesellschaft einfach viel mehr auch nachhaltig denkt, dass wir anfangen, uns zu verändern, dass wir schauen, welche Ressourcen wir verbrauchen, dass wir viel toleranter sind, auch auf den Nächsten schauen, nicht nur auf uns selbst, weil es gibt so unheimlich viele Problemfelder. Und das Naturkatastrophen sind der Klimawandel, Terror, rechte Tendenzen. Einfach alle schauen, wie wir dem entgegenwirken können, wie jeder seinen Beitrag leistet, damit wir ja im Schulterschluss einfach eine Zukunft gestalten, die auch für unsere Kinder lebenswert bleibt und auch ist.